hey wie geht sie sagt ich weiß ich weiß was es ist zwei uhr ich weiß was jetzt ich mich ab ja micro 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 wir sind aber unsere müssen aber jetzt okay weil wir möchten wie lange geht es kapitel wenn wir uns gut anstellen wie ich dann nur kurz mein Name ist Popelöchen wir gehen bis zum Tower dahinten Achso sollte bei meinem Skill nur 50 Minuten dauern ich habe ein bisschen auf afrikanisch geschrieben ja das klang ist wie war immer weil man muss werden das denke ich doch gar nicht er war er wartet uns Kuros hat ihn auch gesehen meine Stimme meine Stimme äh für Hayos Kaios äh Kairo wie cool ist das denn was machst du ihr bist aus der Entfernung die Kalex abwerfen abwerfen meinst du mit äh Kurosuna ich habe eine gute Idee ich konnte gerade ins Leben sich machen nachkampf dich Kommerbro ich glaube wir sind in Wahrheit die Bösen weil wir die Bösen besiegt wurden wollen wir jetzt nochmal die wir kennen massiv Leute auf jeden Fall wir haben auch gekillt wahrscheinlich weil wir die gekillt haben jemals Gott ist ja noch ein Typ ich glaube es ist ja wieder bei einem anderen noch mit drin ja zu können schon gesagt ich muss es jetzt so machen nein 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 du hast auf gar keinen Fall du hast nicht einmal verkacken wenn ich verkackt ist okay aber wenn du verkackt ist peinlich ich probier's grad und haben die so Lichten wie ein Leibwächter mhm das ist noch nicht du kannst da reingehen du verlierst dein Schatten des Helps ja ja hab ich grad gesehen aber gar kein Thema wenn man den Drachen dann magt hast du meine Tastensfilm gehört? ja ja oh mein Gott das war gleich nicht so klug da hätte ich den Drachen machen müssen aber egal das funktioniert ich bin grad übelst viel ich bin grad übelst der MVP von unserem Team ne ne ich auch warte mal ne ich bin MVP da bist du einer kriegst du den? ich glaub von meiner Seite kommt der nicht bei uns welchen? welchen? ja ich hab den markiert das ist ein Bogenschützer ich geh zu meiner Seite es gibt zwei Seiten soll ich ihn kehren? ich kann ihn kehren? ja er kehrt alle ja natürlich aber ich mein ob ich ihn jetzt unbedingt kennen soll wie kommt man denn da hoch hier ist irgend so ein Tresor denn erstmal kommt der hier nicht durch äh bist du grad bei einem Turm so ah man muss wahrscheinlich nicht durchs Haus oder? ja ich weiß nicht was du meinst wie komm ich zu so einem Turm hoch? kann ich einfach mit Schatten umplätzen oder was? ja ja einfach hoch weil ich ist doch übelst hoch ah wahrscheinlich ah ok warte warte wahrscheinlich dorthin hm ich konnte wenn wir sagen muss dass er jetzt trötet wer? ey was? oh set ja der gar billig der gar so gecheatet von dem du kannst dir doch einfach hoch halt aber der hier ist noch eine Schrift oder? ja ja ich hab kurz weil ich jetzt mal kurz nicht hochgekommen wäre na geh einfach hier ran du bist jetzt so weit weg das geht von hier unten einfach ja hä? er ist äh er ist ein bisschen behindert ein bisschen viel ja wir können wir warten auf den anderen du schaffst das da wollen wir einfach äh drauf ficken jetzt ne 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 ok gut oh mein gott hä warum hab ich denn jetzt gekillt? äh weil du einen insta kill hast wenns rot ist beim hochgehen dann killst du den instant cool ja ja ich glaub das geht nicht dafür hast du 2 oder 3 fähigkeitspunkte verschwenden wie sterbe ich jetzt? äh da hinten ist noch ein Bogenschütze oder 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 nach links halt gehen aber keine Kugel verwandt man dann kriegst glaub ich kein Checkpoint aktiviert äh da oben ist rot naja du hast keine energie du hast keine energie ich weiß und du musst nicht so viel malen oh nein ein eindringling der hat ziemlich gutes aim wow wenn du mal nachgeladen dann wieder abgelassen hä? na fuck wer hat ein Checkpoint ah egal und die leben jetzt wieder alle? ne nicht alle nur die die wir ja nicht die Kinder haben als die die Checkpoint bekommen haben ja dann sind wir beide bei der gleichen Seite glaub ich na egal ja sind jetzt alle tot glaub ich ne hat man noch 2 gps fühlt witzig ja aber alle Bogenschützen sind tot dann sind wir bei meiner Seite ich glaub es sind bei deiner Seite war ich nie ja ja ok doch ich erkenns wieder und dann soll das da lang gehen free essen warte ne deine Seite war es nein es ist deine nein 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 deine war die coole Seite mit nem Secret Achtung hier ist einer krass das deine muss wir hinternkelten immer Leichen weg machen ne ne grad nicht doch doch immer weg äh komm ich doch hoch du kriegst in den Untergrund schließt da wir sind zwei Bogenschützen in weit haben wir damals die Krieg angefangen und haben einfach verloren das geht noch Informationen aus hier raus da das hat keine Schadenenergie die steht hinterher einer haben die glaube ich das gut aber auch kacke der ich kacke drin bin ach schon wieder meine Fresse ich werde aber einfach nie hier ist auch eine cool Idee hab ich noch nicht ne ich hol mir erstmal die Schrift von naja alles gut hier gibt es keine Menschen mehr da habe ich alle abgeschlachtet kommen bei den herren wir am Ende bei welchem Kapitel sind wir jetzt eigentlich aber neuglöbige ah ja was geht ob es 16 g oder halt ein bisschen runter 16 darunter ach so geht es bis zum letzten der Beschrift rollen naja was man kann alle Fähigkeiten genau freischalten er ist ja Logik aber ich dachte dass man irgendwie bis bis ein Formen Endpost Muschus schon bekommt ich weiß nicht ob's ne ich glaube ich bin am Ende er hat ich habe ich jetzt bei 2 Schien komm her komm her ich hab's gefunden ich hab's gefunden warte das top secret ok ok oh hier liegt noch einer dir ist auch witzig für meine Familie wenn ich hier richtig laut stirbt was durchschreibe sag ich du machst gleich einen anderen Tag auf die einfach äh wo waren das nochmal komm mal zu mir gerade ich muss die Schrift sollen einsammeln so ok zu dir dahinten warte eine Sekunde ich weiß nicht mehr was ist das für ein Hacker wirst du voll explodiert was passiert die Mine ist so voll explodiert und läufst du auch durch hä war ich mich durchs Haus also der stand am Eingang ich wollte mich in den Hauseingang tp ok zieh durch jedenfalls hier ja das habe ich vorhin schon gesehen oh oh das zu diesem Weg hier erschaffen können wir auch nicht überreden nebenbei ich verstehe gar nicht das Level ne es ist für mich einfach ein Labyrinth nach oben ich verstehe ich weiß nicht ich weiß nicht wo ich am Anfang lang gelaufen bin ich weiß gar nicht ach ha ha schlecht konnte nur als erster sterben ich war zwar abwechselnd mit Schukaku wird sich Schukaku hey Junge du Wurensohn ach man bist so schlecht Deutsch die dürfen da auch öfter als ich dachte immer ich geh den Bogenschützen erstmal klar weiter ich benutze jetzt mal Schukaku aber das Gute daran ist man kann es da hinsetzen wo man will also wo man hinguckt ja ich glaube es ist schon der Doppelgänger der explodiert glaube ich ah ne er blendet nur was ist das für eine scheiße ja er explodiert aber durch die Exklusion blendet ja nur schon wieder schon wieder kommt drauf es ist eh schon einmal geschlagen in der ich bin ich bin ich bin aber ich bin ich bin du irgendwo doch ein schick ich habe ein kapitel so kacke machen wie wir bei moku von der leger ist er will so kaputt muss eigentlich so schön ich habe nichts verstanden und das zweimal geläutet und damit mir irgendwo durch die pd über einem Checkpoint gewesen war schon mal so karolisch mit Lenny die und das heißt hallo ey lass mir doch meinen verfickten kill habe ich doch warum kann aber von deiner Seite der Drach kann man nicht doch hier war ich schon mal r er bin ich ganz vorsichtig aber da haben wir auch gelernt weil er ich will noch mal durchlaufen er das sind das ist den Erfolg müssen wenigstens haben also man muss kein beim moku eingehen machst du doch gerade auch nicht ja da habe ich doch nicht was warte 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 ich habe beim moku gemacht ich auch so jetzt war das ich glaube das war das Kapitel sogar oh mein das habe ich jetzt so 50 mal entdeckt ne ich glaube doch noch der Miniboss das wäre mir ein kurzer Part gewesen ne der kommt glaube ich jetzt nix Kapitel der ist nicht die Folgen werden immer länger und länger ach vorher können wir doch eigentlich noch der schwebt alle machen wir noch ein ding einfach nein eine kurze folge würde ich sagen zu abwechseln ne 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 ob ich er bin noch jetzt neun paar machen näher ich wollte ja eigentlich aufgehen das ist jetzt nicht mehr ich bin was ist hier passiert wie früh ist es ach 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 ne doch die Plasma nicht dass er zwingend abbrechen außer es ist der Mini äh Miniboss einfach nur ich glaube der kommt danach ich vermute ich vermute weil der Typ sah so aus wie ein Bass oh warte 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 die können einfach so Kamehameha-Wellen machen aus Licht Kinkidama so die Leitwässer und als würdest du das frisch bestellen oder so irgendwie nennt man noch Yami kurz so ne so ne Lichtfrau weil die so weiß noch eine Vision Punkt 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 das zählt nicht mehr wir steigen wieder zum alten rüber Aurora meinst du das? ja ja die Sens und Stund der Seele seelenlose Geschöpfe können sie nicht erschaffen oder beherrschen irgendwann wenn ich schneiden kann bleibe ich alle alle Parts aus schneiden in denen du dich verspricht beim lesen Alarami bist du in Ordnung? hatte mich so etwas mit dir gemacht das war Meister Zushi zu Yoshi Zushi Zushi er war ähm Zushi er war die Anführer der Kaio und die Technik gelernt er war die Anführer er hat die Anführer der Kaio und Technik gelernt mit der sie sich in den Schattenkaiserin gefangen nehmen konnten sie dich ich weiß er war sie oder so ah wie geil man man woher ist das? woher weiß ich das? aus woher weiß ich das? woher was ich mich frage was haben die die Typen sich aber gedacht wenn die jetzt einfach so einen Text machen Ausgriffes Zeichen da einen links kregen dann kommt der neue Text hä? äh ich weiß es einfach wie im Grip mal Ein Grip mal wahrscheinlich Es müsste die Erinnerung des Generals sein Das habe ich nicht mal gehört Ich schäme mich für mich selber Es mag die Feind von Nisroku gewesen sein aber seine Weisheit war echt Er hat den Antwerter Kairo viel über die Essenz beigebracht Und diese Worte Seht mir vor wie du im Unterricht die ganze Zeit so verliest Digga Das ist nur beim Vorlesen Oh mein Gott, warte Ich habe eine gute Idee Guck mal, das war aus dem Hintergrund Hat nicht richtig gerendert Bei mir jedenfalls Gehst du jetzt auf? Hallo? Nein, 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 warte kurz Digga, du schlägst das noch auf 20 Minuten Wir wachen mal hin Ja, Mikko Ach scheiße, das wird nichts Wovon die Yuzo Kaisen jetzt einblenden Weil da gibt es so Monster Die klingen so übelst Das wird jetzt immer bei den Punkten einblenden Denkst du, dass ich eine Seele habe? Fragezeichen Stand in der alten Schrift Warum sagst du da nicht Fragungszeichen? Weil ich nicht behindert bin Auszufungszeichen, Fragungszeichen Nein, Fragezeichen klick behindert Ich denke nicht, ist das richtig? Fragungszeichen Natürlich ist das wichtig, du Idiot Verstehst du nicht? Fragungszeichen Meine Schattenessenz Punkt, Punkt, Punkt Ist eigentlich keine Nein, 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 zurück Meine Schattenessenz Ist kein Teil Das Rituals Komma Das mich Komma Das mich beschworen hat Punkt Punkt, Punkt Zeichen Die Entströmung meiner Seele Punkt, Punkt Zeichen Hätte ich keine Seele Komma Zeichen Äh, hätte ich auch keine Essenz Punkt, Punkt Zeichen Komma Punkt Zeichen Aber wessen Seele Fragungszeichen Wo ist sie hergekommen Fragungszeichen Ich bin kein Mensch Punkt Punkt Zeichen Seelentauschen Ist nicht so einfach Aus dem Nichts Was? Seelentauschen Ist nicht so einfach Seelentauschen Ist auch nicht so einfach Seelentauschen Nicht einfach So aus dem Nichts auf Seelentauschen Ist nicht einfach Ich hab einfach genissen Beim Vorlesen Überfliege ich einfach Nur Das ist grausam Ja, ich seh Jetzt nochmal Seelentauschen Nicht einfach Aus dem Nichts aus Jetzt nochmal Dich verlesen Digga Was? Komma Zeichen Wenn Komma Zeichen Ich jemandes Wiedergeburt Bin Fragungszeichen Warum hast du nach Wenn Komma gesagt? Ich weiß nicht Ich fand dich witzig War überraschend Das bringt mehr Spannung rein Ah, ich wollte gerade schreien Seien wir jetzt Ausrufungszeichen Oder schreie ich? Ausrufezeichen Ausrufungszeichen Ich benutze den Schattenächtens Unterschwert Komma Zeichen Als W-R-er Ich Ihr damit gebogen worden Punkterungszeichen Das find ich so gut Digga Punkterungszeichen Und was seit dem Augenblick Komma Zeichen Als ich aufgewacht Bin Punkterungszeichen Bin Code Oh, wie geil ich so viel lesen muss Weil ich Aagami Bin Oder weil ich ein Teil Von meiner Seele Meines Menschen Ist Minus Von mir die Seele Eines Menschen Ist Minus Eines Menschen Ah, ja Ein Mensch Minus Eines Menschen Ist gleich Ein Komma Zeichen Der dieses Schwert führen Und die Schatten Gleich Könnte Komma Bevor er Oder sie Gestorben Ist Fragungszeichen Was Fragungszeichen Punkt 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 Ich glaub Meine Eltern Hassen Ich glaub Du hast dich Gar dick Verlesen Nein Nein Das war Tatsächlich Mit Absicht Na klar Sehe vor Wie ich Jetzt Swinker Aagami Komma Punkt Punkt Bitte Punkt 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 Was Wollst Du Sagen Pfeil Punkt 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 Wer redet So Halbe Zuge Pausen Bitte Tut mir Leid Die Erinnerung Von jemand anderem Machen mich Ganz Wirr Ich will Wissen Komma Umzeichen Wer ich Bin Punkt 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 Ich glaube Punkt 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 stein ach nein jetzt muss ich da muss mich für eine schädliche beschwörende halten punktungszeichen ich hab dich in die welt geholt und kann nicht mal die einfachsten fragen über der gar nicht beantworten punktungszeichen nicht etwas so unnötig vielleicht hast du recht ausrufungszeichen vielleicht sind die agami tatsächlich die wieder versteht oder krieger punktungszeichen vielleicht hast du den kämpfern oder nicht so gehört und ganz deshalb die schadenszen benutzen ausrufungszeichen war aber warum stand der kämpfer es sollte nicht kämpfer innen wir finden raus kommen und zeichnen was du wirklich bist punktungszeichen da bin ich sicher punktungszeichen aber jetzt muss durchbleiben und zeichnen das ging ich kann nicht unter den punktungszeichen das war jetzt sechs minuten text nicht eins alle bist aber hast du alle schriftfreund ja okay machen wir jetzt noch was ich will nur anmerken die tschüss ja ja die aufnahme hat jetzt sich verlängert durch sieben minuten text und damit tschüss meine schokobinchen verpasst euch richtig richtig richter 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 schichter 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 äh dichter richter richter na waren wir schon ähm ich war nicht äh äh filzstift richter äh 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 eichter eichter specht tschüss ne tschüss ne